hallo liebe technik begeisterte herzlich willkommen hier auf meinem youtube kanal heute mit einem kleinen tutorial zu diesen led spots hier diese preiswerten aus ebay aus china für 3 4 5 euro irgendwas sollen angeblich 5000 stunden halten halten sie aber nicht ich bin bald wahnsinnig geworden ich habe jetzt schon den zweiten karton gekauft und es sind einige strahler bei die halten wirklich nur eine woche zwei wochen und dann erkennt er bestimmt alle die das video jetzt hier gucken das problem haben die dinger fangen an zu flackern die dinger fallen aus die dinger werden dunkler so ähnlich wie bei diesem hier diesen habe ich jetzt mal auseinander genommen und ich gebe jetzt mal strom drauf der ist jetzt auch kaputt ja da sieht man schon ich weiß jetzt nicht die frequenz der kamera ob man das jetzt hier so sieht er flackert wie stroboskop und der ist auch dunkler ja und das problem einer ganzen sache ist nicht wie viele jetzt vielleicht denken dass die leds defekt sind ich schraube den mal hier auseinander die glaskappe abgenommen und den überwurf ringt dann sieht er so aus ja mal jetzt denkt dass hier die leds oder eine der leds kaputt sind weil die sind ja in reihe geschaltet und wenn dann eine ausfällt dann sind natürlich die anderen drei auch gehen dann nicht mehr und jetzt denken viele naja dann fällt eine led aus und dann ist der ist der kaputt und dann kaufen wir eigentlich nur eine high power led ein watt warm weiß oder kalt weiß nachtauschen die aus also einfach ist es nicht das problem das problem ist meistens ganz andere ursache bei diesen dingern ja und ganz banal und ganz simpel und eine ganze kleinigkeit und zwar jetzt hier uns mal das netzteil angucken du hast ja das netzteil das bringt zwischen 12 und 13 volt du hast eine led mit 3 3,2 volt durchlass spannung und haste vier stück in reihe 369 12 also liegst du irgendwo bei zwischen 12 und 13 volt und diese spannung bringt dieses netzteil ja und der übeltäter der übeltäter der die schlampen zum ausstieg bringt ist meistens dieser dieser kleine kondensator ja ja der ist kaputt was ist passiert der kondensator gast wenn man hier kurz den strom ausmachen dass man noch ein ding gewischt kriegen der kondensator gast und zwar wird hier wunderbar zu sehen er wird dick er wird rund diese kleine dieses kleine aluminium plättchen was hier zu sehen ist wenn das eine beule kriegt und sich nach außen wölbt dann gast der kondensator er bläht sich auf und er ist kaputt ja ein kondensator elektrolyt kondensator ein folien elektrolyt kondensator hat ja einen ganz hohen innenwiderstand aber wenn er jetzt durch schlägt innen dann verringert sich dieser widerstand der kriegt dann also kleineren innenwiderstand und dadurch hat man hier nicht mehr diese spannung zur verfügung diese 13 volt sondern die geht im im regelfall geht die spannung hier runter auf 10 10 in halb volt und dann fängt das ding an zu flackern funktioniert nicht mehr und das ist meistens die ursache warum diese strahler schon nach relativ kurzer zeit ausfallen weil der kondensator hier einfach kaputt ist ja und da gibt es jetzt eine möglichkeit ich habe jetzt hier mal einen aus einem anderen strahler das sieht so ähnlich aus das netzteil da sieht man das ist ein 400 volt 4,7 mikrofarad und in dem fall hier ist es ein 400 volt 2,2 mikrofarad also ich habe bei einem netzteil wo ein 2 2er drin war ein 4 7er eingebaut das geht also ihr braucht weiter nichts machen wie euch in diesem kleinen kondensator am besten gleich ein 10er oder ein 20er pack ganze tüte voll zu bestellen kosten kosten ganz 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 wenig geld von diesen kondensatoren ich schreibe es unten in die beschreibung noch mal mit rein wie gesagt 400 volt muss erhalten bis 400 volt hast du aber es 220 volt 400 volt und 4,7 mikrofarad und beim einbau darauf achten wenn ein kondensator einbaut ein kondensator hat immer plus und minus hier wo dieses wo dieser graue streifen ist an der seite da sieht man auch schon das symbol minus da ist minus und genauso müsst ihr den kondensator auch wieder einbauen hier bei dem sieht man es auch wunderbar auf der linken seite von der platine das ist hier die minus seite man müsste auf die polung achten den richtigen richtig einzusetzen sonst knallt euch das ganze ding dann für durch wenn wenn er den falsch einbauen dann könnt ihr den strahler wegschmeißen ja auf die polung achten und ja dann mit ausgetauschtem kondensator sollte euer strahler wieder funktionieren ja es kann wie gesagt auch in einzelfällen mal vorkommen dass eine led ausfällt dann kann man die leds austauschen die kosten in china auch viel viel weniger als so ein ding hier komplett neu zu kaufen also wer es leid ist die dinger ständig auszutauschen kauft sich mal zehn stück und kauft sich denn diese 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 high power leds für ein paar cent ein hunderter pack in china und kauft sich davon 20 30 solcher kleinen kondensatoren dann hat er eigentlich eine ganze weile ruhe und kann sich die lampen immer wieder reparieren also wie gesagt ich habe jetzt den zweiten karton bestellt ich habe sie überall bei mir zu hause drin und ja frau ich mir wird schon verrückt wenn ich alle zwei wochen fängt wieder einer an zu flackern dann wieder drei wochen und fängt der nächste an zu flackern habe ich mich mal an die sache herangemacht also wie gesagt kondensator austauschen in den meisten fällen der übeltäter und dann funktionieren die strahler wieder